So, tach hier Nasenbären und herzlich willkommen zu meinem ersten Farming Simulator 2015 Let's Play. Ja, ich fang immer mit immer mehr Projekten an. Ja, ich werde jetzt erst einmal hier, äh, na scheiße, ich weiß nicht, wie es immer wieder Chat ging. Na egal, wir laufen jetzt einfach mal hier her. Und der Server leckt, na super. Darf ich Häcksler, was ist das für ein Deutsch? Darf ich Häcksler, okay, also Leute, wir wissen Bescheid, ab sofort reden wir so. Darf ich Häcksler. Neben mir sitzt der Drachenritter Let's Play. Ich bin mein Soh und mein Soh da. Ja, grüß halt die Leute wenigstens, oder? Hallo! Jetzt zufrieden! Ja. Ja! Ähm, ja, wir suchen uns jetzt ein Fahrzeug, falls ihr euch auch nicht. Alter, was ist denn hier los? Ja, Leute, wir werden jetzt einfach mal mit diesen... Oh, leck! Ach nee, synchronisiert. Aber Leute, ich werde meine Maus jetzt nicht auf den Laptop stellen, weil dann geht es glaube ich am einfachsten zum Zock jetzt. Ja, wir werden jetzt hergehen. Äh, ich schau' gut. Ja, wir werden jetzt hergehen. Ich werde mit diesen Zocken. Ja, ich werde mit den Zocken. Ja, wir werden jetzt hergehen. Äh, ich schau' gut. Ja, wir werden mit dem Fahrzeug aufs Dach gelegt. Ja, ich werde mit dem Fahrzeug aufs Dach gelegt. Ja, wir werden mit dem Fahrzeug aufs Dach gelegt. Komm, sonst gehen wir aufs Dach. Ja, ihr habt ja gesehen Leute, so geht es. Ja, ich warte nennen. Ja, ich warte noch einmal und nicht dran dicht, Kollege. Ich gehe. So, ich kenne uns mal gucken, wie ich die Bucke. Ach so. so ja ich hab jetzt gar nichts zu tun, ich bin hier gerade arbeitslos die machen nur Blödsinn ich glaube ich bin hier auf dem Blödsinn selber gelandet und es leckt ich habe die Men ich weiß nicht, was ich tun soll, aber nicht los, Leute, ich grüße den Kopf mal aber extrem Alter, leckt das selber, Leute aber extrem Alter, kann schon was anderes als rumfahren ja, pass halt auf, oder? du bist meine Zahn ich kann dann die Gaudi stehen nein, nein, nein und er fliebt vielleicht wieder mit so einem Trucklein lang ja, fahr halt weg, oder? Alter, ich will nicht beladen Wir fahren jetzt einfach mal den Kollegen hier, wie der das macht. Wir fahren jetzt einfach den Kollegen hier. Wir springen jetzt nur mit einem bisschen. Wie mache ich das jetzt? Ja, da steht jetzt der andere. Cool. So ist es auch. Das Licht an. Oh nein! Super. Kurz vor dem Crash wird synchronisiert. Ich halte mal die Bremsenkarte gedrückt, weil jetzt schieße ich sonst in das Auto ran. Jetzt kommt der andere. Wie hätte sie die Absatzte mittlerweile gezeigt? Ja, und ich habe mich gerade Standbild da, weil der auch selber sie nicht produziert. Und ich frage mich, wie lange ich hier noch warten soll. Sehr viel weg, der da kommt. Wahrscheinlich. Ich halte aber die Bremsenkarte gedrückt. Dann stelle ich den wieder auf. Hey, ich hab nur nicht umgeknallt. Aber der ist sehr beliebt, dieser Weg. Nein. Ich hab nur nicht umgeknallt. Ich hab nur nicht umgeknallt. Ich hab nur nicht umgeknallt. Ich hab nur das Hürde sehen, wo ich es nicht fliegt. Mit anderen Spielen. Ah, ah. Irgendwann, das ist das. Ah, blech, blech, blech. Lechivetschi. Lechivetschi ist das. Lechivetschi. Worst kommuniziert. Hochschule Erdbeeren. Lechivetschi. Lechivetschi. Seine corinni. Lechivetschi. Lechivetschi. Channels. Wir werden den Öl-Wasa-Kunnen. Hier werden wir durch. Ein Wälder-Wasa-Kunnen. Wir werden. Oh, ich bin hier leider aufgerollt, da schreibe ich auf. Nee, auch nicht. Schreibe ich bergung, abgeschickt. Oh, leckere mich, was das Ding. Beste Hüfte. Spiritschung, Spiritschung. 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 Ja, ich komme halbstück bei O5,01. Dass ich sehe, wie viele FGS ich habe. Dass ich sehe, ob es leckt oder nicht. Spiritschung. Nee. Okay. Das richtig legen tut es beim Wied bei O5, wenn du noch auf so, naja, drei FGS bist. Ja, Leute, wir fahren jetzt auf jeden Fall. Spiritschung. 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 Ja. Und jetzt ist das eine Frage. Scheiße. Wir müssen gleich mit ein und von weiter. Jetzt geht es alle. Ja, du wirst ja so ein Killerklauen schon haben. Ja. Der Drachenritter hat gerade behauptet, er wäre ein Killerklauen. Ich auch. Wenn du ein Killerklauen bist, dann fresse ich ein Putschrom mit Samplesen. Ich esse alle. Immer alles. Du wirst ja Zuschauer. Immer. Ich weiß schon, dass du jetzt die Killerklauen kannst. Oh, lecken, liebe. Und wir gehen getrüftet. Ich Diener. Ich Diener bin. Ja. Ich Diener bin. Ich Diener bin. Oh, qued war und schau, hvad. Liegt, leg, leg, leg. Leck, leck. Wenn man fast unterwegs ist. Von der Wald. Ja Leute, das muss ich dir synchronisieren. Dann warten wir halt wieder. Ich fühle. Das leidige Wappen auf das Synchronisieren. Wie die Seinleife abgeht. Wo ihr das die Wappen macht. Weiter gehts. Schauen wir den mal. Oh. Boah. Das wollte ich nicht. Jetzt darf ich wahrscheinlich den Text neu schreiben. Dann flippe ich aber aus. Das war heute. Gott sei Dank. Auch Mann H. Oh Mann, ey. Bitte warten Sie. Der nächste freie leckende Service muss nicht reserviert. Ah, jetzt wollte ich gerade losschreiben und es steht schon wieder da. Synchronisiert. Das ist einfach mal eine Synchronisierung live. Der Fels. Boh! Äh. Oh nein. Nicht wahr, richtig. So. Mal weiterfahren. Das trifft nicht voll, schon wieder trifft. So. Oh, mal geht's. Schlepp die denn auf. Hup, 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 hup. Oh, Mann. Und wir warten ein weiteres Mal auf dem Seerballon. Ja, war ne. Das ist nur so sehr. Ich kann das nicht. Ich kann das halten. Neuer oder nicht? Sieht sich nicht mehr. Der sehr beliebt ist der. Danke schön. Und, kann man das Ding auch oben zumal? Ne. Hat es kaum noch. Das ist gut. Und schon, ob wir das Ding auch sauber machen können, weil das Ding so glücklich ist. Im Endeffekt? Ja. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Nein, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich kann 182. Die ist noch kaputt. Ja. Ja. Ich denke auch an. Sind wir hier gerade bei... Hecker-Sprache oder was? Der dreht eins an seine Runde. Der dreht eins an seine Runde. Der dreht eins an seine Runde. Geht voll rein. Ne. Ein bisschen glücklich muss er sein. Ja. Ruh. Jetzt hecke dich in den Zerrber rein. Heine, 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 heine. Heine, heine, heine. Heine, heine. Heine, heine. Heine, heine. 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 Whoo. Horn. Auf uns. Hui. Auf uns. Jetzt schauen wir, dass sie direkt bei der Sorge steigen lassen können. Dad watch... Geht ab, wie gesagt, verletzt es immer wieder. Da geht's nicht mehr. Da sieht's aber... Da fängt mit. Ich werde nicht mehr waschen, aber... Bun... Is der Fliege bei der Fliege? Wie ist der Fliege bei der Fliege? Wie ist der Fliege bei der Fliege bei der Fliege? Wunderschönen Wenn ihr es vielleicht mit Fliege Das war's für heute. Das ist so offen, dass ich das hier habe, so einen Rangstrahler halt. Hä, rechte Dauer. Der war vorhin schon mal da. Der war noch mal die Rangstrahler. Oops. Ich bin der Rangstrahler. 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 Ich weiß nicht, was es und ich sehe, ich sehe KRACOTIT! Das check ich jetzt nicht. Das check ich jetzt. Das check ich jetzt. Das ist ein mieser Krim. Hou es gut. Jetzt geht es ein wenig, da wird es ein wenig, da wird es ein wenig, da wird es ein wenig. Aber dann machen wir es ein wenig. wir können es schon ein wenig, aber wir müssen uns auch an die Tür schauen, wenn wir einen Krim. Oh, und es leckt wieder. Ja, ich hoffe, das haben sie beim Landwirtschaftssimulator 5.5 gehoben. Soll ich die Fähigkeit bei der Fähigkeit sein? Hehehe, jetzt hat sie sich oben heute. Ja, wir müssen mal gucken, wo das angenommen wird. Nein, ich bin aus dem Dingel rausgetappt. Nein, scheiße, ich bin wieder aus dem Dingel rausgetappt. Ach, ich bin selber sehen. Gott sei Dank, mein Kumpel ist fein. Mein Truck. Dieses Blusschauen, woher kann man das nun? Ich glaube, bei P, ne? Genau. Nein! Ne, das war das falsche, äh... Oha, deine ist schon seit 1 Stunde und 39 auf den Server, ey. Der kann's halt! Okay, hier. Hex. Oh nein! Wo schnappt man denn, Nelly? Biomasse. Okay, wir müssen zum Biomassewerk. Ähm, ja. Ähm, ja. Ei, kein graves, nicht immer... Ehm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ihm, ja. Ähm, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020